durch auf wo bist du in oben wo wir ihn soll wo bist du schon wieder falsch rum hast du noch nie ein minimap gelesen ich hatte kein licht an ich konnte nix sehen eine minimap oben ja aber ich konnte nix sehen wo der ausgang genau ist ja das müssen wir jetzt noch nie sagen ach so haben wir da stimmt aber schon lange so haben wir eben was trinken und dann haben wir noch diese zusatzaufgabe befreien noch ach ja hat man eine aufnahme gemacht aber wir haben ja falsch und da haben wir ja nicht abgespeichert aber wir in falsche richtung sind bei so vielen punkten auf der map ist manchmal verbindung warum habe ich ihn jetzt schon wieder verbindungsfehler zwischen die operativen habe ich ja auch gerade jetzt auch gerade du bist schon oben na ich bin oben so ich noch und noch durch nun ja ich brauchte noch was und jetzt ist sie das ist die zusatzaufgabe weg wie nämlich manchmal na ja natürlich alle sind wie sport wie soll man jetzt hier wieder rauskommt falten nee der tor ist dazu doch mal nicht oder kannst du irgendwie öffnen vielleicht andersrum ich muss mich irgendwo anders lang doch durch den bus da kommen wir an hast du jetzt gerade super danke dann macht man das auch so die papier drin die nummer vor immer vor ja von da wieso ach so so oft das war mega cool so was du gerade gesagt so die wir uns können jetzt hier ist warte hier ist eine kiste drin wo Silbermünchen drin sind ach hier sind wir jetzt ja immerhin so kommt man auch raus oh bitte nicht auf uns aufmerksam machen nicht auf uns aufmerksam machen und du hast geschossen ja hier lang müssen wir doch na und es ist aber ein neues Go-Go gehört er sollte jetzt hier nicht alle genossen Hallo Panzerhund Der Pferde explodiert, ja. Du schießt... Au! Alter! Ist da noch irgendwo einer? Ja, hinter mir. So, hallo. Jetzt kommen wir eben eine andere Waffe. Wo sind wir denn noch mal hier? Ich bin derjenige hier an dem Ding. So, wo ist aber noch einer, oder? Ja, hier ist auch einer runtergesprungen. So, fies. Vorsicht, ein Roboter. Versuch ich ihn jetzt erwischen? Jo, müsste erwischt sein. Jo. Jo, jo. Äh, mit der einen Elektrowaffe geht das aber viel, viel schneller. Ja. Außer, dass der Schatz-Robo-Hund... Jetzt wissenschaftler. Was, ein Wissenschaftler auf den Sommer erscheinen? Der ist aber da. Irgendwo hier so lang. Hä? Hier irgendwo lang. Da wo du auf uns aufmerkst, aber macht das schon? Wahrscheinlich. Oh. So wie es aussieht, ja. Muss man mal in den Muni einsammeln. Wie lang, wenn. Wenn, wie lang. Warte. Ja, weiß ich. Ich wollte gerade... Kann man dann laufen? Hier. Letzter von uns aufmerksam machen. Der, der, der gab's früher aber nicht. Ich bin mir ganz sicher. Oh. 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 Ja, der geht so schnell leer. Ey, sag mal. Einen Schuss hätt ich noch. Wenn ich den gut treff, dann klatscht den wissens die. Ich bin gerade nur sehr verwirrt, wie gut die, äh, treffen mich hinterm Auto. Hä? Da triff ich mich denn da noch? Hä? Der hat mich denn da jetzt noch abgeschossen. Ach, der da hinten. Ach, der hat mich gar nicht so... Sag mir nicht, du bist auch der Schatz. Ja. 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 Aber wie können die jetzt am Auto... Nicht ausbluten, du! Ne, mach ich nicht. Wenn wieder da, wohnt einsatzbereit! Weil, das war sonst unser letztes Herz. Ah, wie bitte können die einen da kennenlernen? Was denn da oben auch? Der obere wird uns wahrscheinlich getroffen haben. Äh, ich hab fast nix mehr, ne? Und ich bin weg, ciao. Ja, den triffst du da oben auch nicht. Ja, ja, ich hab auch so nix mehr. Ich hab weder Leben noch sonst was. Warte. Ich hab noch Rüstung mehr. Bitteschön. Das ist ein bisschen Rüstung schon mal. Mehr kann ich dir ja im Moment nicht geben. Alles klar! Wechsel jetzt die Position! Richtig! 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 Richtig auch! Nein! Mist, da kann ich nicht ran! Nein! Oh, Mann! Ganzes Herz. Ich geh nur aus nem Schuss. Ähm, wenn ich jetzt ausblute, du warst das. Ja! Ja, du komm doch hier hin! Ich kann nicht! Ich bin noch hinter dem Bus! Ich bin noch hinter dem Bus! Eins! Ich bin noch hinter dem Bus! Ich bin noch in den Bus! Ich bin noch in den Bus! Ja! Ich bin noch in den Bus! Ich wechsle meine Position. Man wüsste, was für mich das an Muni finden würde gerade. Du bist krass, Mann. Danke, Schwester. Hier in dem Bus ist Rüstung. Habe ich doch schon rausgeholt. Weißt du, wie der eine Schütze jetzt weg ist? Ich bin ja auf den zu gerannt. Ach da, in dem Krankenhaus. Ach nee, nicht schon wieder ins Krankenhaus. Irgendwo da, müsste der... Okay, ich habe auch wieder ein paar Schuss hierfür. Ein Zeichen von ihm? Nein. Negativ. Kein Kontakt. Ah, Mist. Ah, Mann. Hau dich ab. Dill Kuh. Die sehen einen sogar selbst hinter der Wand. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Manche machen. Eigentlich will ich mich. Back. Weg in die Position. Oh, ist das ätzend. Ja, die sind jetzt auch Level 5. Was machen sie mit Dinksturl? Ja, ja, die passen sich an. Nein! Oh, Mann! Ich muss nachladen. Verdammt, du. Shit. Nicht immer, wie ich steht. Ja. Ja. Das ist noch ein Herz. Müssen wir denn jetzt hin? Hoch, runter? Zieh. Das ist gerade leider auch nicht. Nein. Ja, wir waren Kriechnern. Ja, ja, wir sind erwischt. Bin ich voll für. Oh, ja. Die Diener und die. Ah! Ruhm oder unten? Ich werde es so sagen. Oh. Haben ihn erwischt. Hahaha. Oh, wir sollten vielleicht weg hier. Oh. Ja, wir sollten weg hier. Oh, 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 oh. Da kommen ein paar. Die Kuse, die gibt noch einen Geist. Wie? Ihre Kugel, die sind so. Oh. 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 da ist so einer nachladen von der hier nervt einer das noch einer und das noch einer weiber geben ja so auf den sack die waffe brauchen wir jetzt nicht mehr schießt man da auf den gehälter hier der laser so energie waffe nein das andere ist ein anderes zeichen wir können jetzt nur eigentlich zurück zu oder wir könnten nächste direkt machen nächste quest ja warte ich würde gerne mir das geld holen bitte den wiesenschaften haben wir hier schon gemacht benutzen untergrund da sind übrigens noch hier für deine kilowattstunden ihr seid fantastisch das wollte ich euch nur sagen ja danke das ist super trägt mal eben nun im mädchen musik online ist alle wieder da macht oben 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 glaube ich lalala ist da wenn er ist ich der kommandant ohne oder so auch hrscht runter gefallen Da oben? Wo ist da oben einer? Da oben ist keiner. Hä? Da unten. Da unten. Ich habe ihn aber erwischt. Und da hinten ist da auch noch einer. Bestimmt der, der im Bus ist, ne? Äh, warte. Ich sehe ihn nicht. Ja, toll. Gesundheit nur drin. Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Irgendwo da unten. Da müssen wir doch runter. Ich bin doch nicht runter, er schießt ja mich über. Ich habe meine Laserwaffe ziemlich voll. Ach nee, ach so, da bist du. Da, den Bus, sag ich doch. Ja, das war's. Da, la. Ja, war ein Bus. Na, 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 na. Party! Äh. Oh, die Musiker, ja? Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Wat? Die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon zerstört. Okay. Haben wir die nicht schon mal geholt? Auch, ja. Ich will jetzt nicht mehr. In-Nigma. In-Nigma. Jetzt sind wir doch noch Zusatzaufgaben. Die müssen wir nicht machen. Ja, aber die haben wir ja schon einmal gemacht. Ja, wenn die drei... Um, um dich zu ver... Oh, die sind natürlich wieder alle da. Besser. Ähm. Jo. Eines Tod. Genau, da wohne ich hin. Das ist eigentlich relativ gut. Jetzt ist der natürlich hinter mir, da, der eine, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Ach so, der ist hinter mir kaputt. Aua! Ah, ich komm nicht an die blöde Drohne dran. Stimmt, ich aber. Ah, danke. Da kommt die nächste Drohne. So, die hab ich erwischt. Ah. Äh, wir schießen da so fett auf mich. Weiß ich nicht. Ich suche gerade. Du bist krass, Mann. Oh nein, schon wieder der Drohne. Da sehe ich mir. Oh, ich hasse die Drohne. Oh, schon wieder einer. Oh, die kommt. Weil das Ding hier an ist. Ich weiß nicht, wie wird das. Komm, Victor. Die nervt. Ich hab einen Stufenaufstieg. Den nächsten. Ich krieg gleich einen Stufenaufstieg hier. So. Ne, erstmal Abstieg hier. Einfach Klasse, Sof! Einfach Klasse, Sof! So, was ich noch mal gesagt hab. So. So. Meine Bum-Bum ist wieder voll. So, ich guck mal eben. Äh, J war's. Es war das J. Charakter. Können wir irgendwo noch Verstand machen? Vier. Ich hab vier. Doppelter Rambok. Könnte ich machen. Kraft. Und effektive Tarnung verbraucht langsam Energie. Oh, was haben wir denn noch? Kraft. Ne, das war Stand. Kraft wollten wir uns erst angucken. Okay, ermöglicht Econ. Oh, schwere Waffentasche. Du kannst schwere Waffen in deinem Inventar platzieren und verbessern. Was ist denn das? Unter Kraft? Jo. Kostet sechs Punkte, darauf spare ich. Wo hast denn die? Ganz unten? Ja, ja. Ach so, da. Und das andere ist, ah, du kannst mit den schweren Waffen schnell bewegen und sogar einen Power-Sprung machen. Effektive Tarnung. Ja, das soll ich vielleicht auch machen. Langsamer Energie. Und Rüstung auf Stufe 10. Jetzt hab ich nur einen einzigen Punkt. Jo. Weiß ich noch nicht. Verstand? Hab ich nicht. Hier, äh, Gesundheit erhöht. Die maximale Gesundheit auf 175 kostet einen Punkt. Alles klar. Geil. Zack. So, ach so. Ich wollte ja auch schon mal, ähm.